hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem let's play landwirtschaftssimulator 2017 ja wir sind wieder auf der saktion unterwegs und wir sind bereits in folge 210 so einfach es ist 210 sind wir schon und ja wir wollten eine ladung verkaufen bloß der preis war vom soja meine ich und wir wollten die sehmaschine jetzt hier anschmeißen so ein bisschen rumziehen die wird uns jetzt hier weizen aufs lager die zauberer sie gar nichts hin weil sie nicht will was zu weit weg ich will das jetzt erfolgreich beende wir senken das ganze wir machen das ganze an und wir fahren den ganzen los fahren bisschen weiter nach außen ziehen das ganze jetzt gerade gucken was der helfer jetzt nee der helfer möchte hier leider nicht sagt er aber ist das richtig gemacht so ich habe hier auch gar nichts gemacht anscheinend nein das ist ein top sehmaschine die auch alles macht und auch super dünn wo sie roboten deswegen wenn wir ihn das mal kurz hier ab und müssen natürlich was machen na richtig das ist das gute stück was wir machen müssen und der muss jetzt stopp sich seinen guten kleinen kollegen hier schnappen und das denken wir das ganze jetzt in windeseile zu tode gebrochen hä? vollen korntank ich dachte den hätte ich leer gemacht hilfe die sind alle gemein zu mir da steht er noch mit vollen korntank jetzt verstehe ich das nicht so wirklich dachte ich hätte den leer gemacht ich kann nicht okay jetzt ist mir der groschen gefallen ich hab's jetzt mal gemerkt sozusagen kommt wahrscheinlich auch vor aber jetzt habe ich es gemerkt punkt 1 ich muss erst mal wieder zurückfahren und er war voll und deswegen konnte ich nicht komplett leer machen ich muss das gute zeug hier erst mal einlagern das ist der trick dafür muss ich erst mal komplett zurück bügeln und dann werden wir mal gucken ob wir das nicht einfach mit dem gleichen anderen leer machen weil der andere hat er hat 100 prozent drinnen kann jemand sagen warum der beim zusammenfalten ausgegangen ist wahrscheinlich mit dem strom weggenommen hat äh das wird total verstrahlt anscheinend 76 prozent ok ich werde jetzt mit ihm hier nach hause auf lager fahren und dann werde ich ihn hinterher zur 2 fahren das ist der trick einmal einlagern und dann geht's zur 2 so die kollisionsaufrage muss schon nicht mehr funktioniert ja der muss natürlich jetzt leichter grubbern das ist klar ja da war ich natürlich wieder zu verstrahlt so dass du hinzukriegen ne aber wir kriegen ja schon irgendwie hin so jetzt einmal ja also ich weiß nicht was da gelegen haben soll aber am zaun gekommen war ich nicht meine ich sicher aber hier ist der herkuleshuhn noch raus gehüpft gewesen so einmal ein lagern so lustig vielleicht ein bisschen geschickter hier um die ecke fahren glaube ich so geht das ja so geht das so raus damit oh wir hatten eh was an bord steckt gerade fest das glaube ich meine ich oder ne das ist ja nur so wir haben noch kleine reste von einigen sachen da und nichts gravierendes wie man sieht geht das ding jetzt auch wieder zu ja also hätte ich mich am schild hängen geblieben das ist nicht so praktisch gewesen so gut dann fahre ich jetzt mit ihm hier über die Waffe hier wieder raus der E0 Funktion hier wenn ihr so eine Wage in Funktion sehen wollt dann müsst ihr euch mal das Let's Play auf der Borcher See angucken da sind nämlich mehrere von verbaut und da funktionieren sogar die ganzen Statistiken da sieht man also echt mit wieviel Kilo man schon wo durch die Gegend gefahren das ist da alles zu sehen so hier raus und hier ist dann die 2 aber hier sieht aus als es noch nicht reif wäre hä ich dachte das wäre alles reif war schon wieder ein Fehler hier oder gucken nochmal das ist alles gedüngt das ist noch gar nicht so weit ok nur die Hälfte ist fertig und wir können auch nicht viel machen weil wir ach so ok das zögert sich natürlich jetzt derbe hinaus wir können also auf der 1 anfangen aber leider auch noch nicht alles machen weil selbst die 1 ist noch nicht komplett umgesprungen so so ist das also das heißt er wäre dann für die 1 deswegen haben wir hier vorne auch erst noch nicht so viel gesehen aber ich dachte das Feld wäre so klein ne das ist einfach noch gar nicht ganz umgesprungen ah ok 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 so äh nichtsdestotrotz wo ist er los und seine freundliche Aufgabe ist es sich selber die Hinder abzuweisen nein ähm die äh 3 zu körpern richtig so simpel ist das Ganze ich könnte auch noch ein bisschen dichter machen weil dann haben wir echt noch Scheißwetter ne sieht mir ja nix hier da oh gingen wir mal gerade gut hier dicht an Zeta und Mordio hier gewesen aber sind wir ein Auto vor mir wieder das Verkehrsschild das ging gut ja er klappt gerade freundlich runter das klappt auch gut so so ziehe ich den auf jeden Fall richtig und helfe an ja ok ja also es klappt auf jeden Fall dass er das grobert und der nächste das sät also wir kriegen unsere ne das ist auch nicht okay ist nicht so wild weil wenn hier das Zeug zuerst fertig ist ist auch kein Problem weil äh das wird ja nur bei der nächsten Ärzte genau so sein weil ähm das muss natürlich auch erst noch in der Mühle zu Mehl gemacht werden und so und ich weiß nicht was für ein Arbeitspensum Klauseln dahinter stecken deswegen ähm kein Kopf drum machen so wie sieht es hier aus gut die meinen sie wollen nicht gegenseitig in die Kiste fahren du bist zu 99% voll und das andere Ding ist voll so du bist voll du wirst jetzt den helferpart verboten hier du fährst jetzt einmal hier stumpf rüber das interessiert mich jetzt nicht und du machst das Ding hier leer so falsch richtig so und dann steigen wir hier aus fahren hier rüber und das schöne Ding hier ne das mach ich da direkt leer damit es ordentlich zurückfährt ne ne ist ok so lassen wir es sobald er hier fertig ist ähm ich glaub da geht nicht mal die andere mehr ganz rein ey überraschen lassen würde ich sagen aber ich glaube die braucht auch nicht mehr so super viel machen das könnte also noch ausgehen dass sie dann ziemlich gefüllt rüberfährt sozusagen ich mach ihn hier schon mal an so jetzt ist die leer die hier machen wir jetzt leer so ja hier steht schon drüben das habe ich jetzt nicht mehr skip machen sollen wenn ich jetzt rausgehen soll nicht aber es ist egal das kriegen wir hin soweit wenigstens mal die übersicht so du fährst dann gleich los und du kannst schon losfahren du kannst das komische licht ausmachen und dann können wir sofort wegpacken und du kannst nämlich hier hinten die 34 die 34 ist glaube ich auch noch nicht fertig aber das sehen wir wo wir jetzt da zu dem Übergang hier fahren und dann schauen wir einfach mal so da ist Feuerwehr und Polizei an den Jungs sind dann vorbei die wollen wir ja nicht ärgerlich stürmen hier ja da sieht man ne das ist hier noch nicht so wirklich fertig und dann schauen wir mal so fangen wir schön hier rüber wir merken dass es kurz vor sieben ist also wir könnten gleich theoretisch gesehen auch Sachen rausholen aus äh aus der Sojamilchfabrik das müssen wir natürlich auch bedenken in der Zeit wo wir jetzt natürlich spielen läuft auch der andere Part weiter so ich skipp mal weiter durch bis wir ich glaube die kommen sich gleich schon fast entgegen ich glaube so super viel ist das nicht mehr der fährt der macht der kann nach hause nächster Trick der kann nach hause na soll ich wieder hier in den Zaun fahren das wollte ich eigentlich gar nicht so bedingt ich möchte auch diesmal mal die Hausecken auslassen mal sehen was es auch geht dann einfach nur schön rumziehen ja das sah gut aus bin nirgends angeeckt das ist einfach sympathisch wir müssen uns jetzt sehen dass wir unsere und treibstoff verkaufen uns laufen halten schrampe so 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 ich habe jetzt mit ordentlichen Dingen zu gehen hier wie gesagt oh das war schon kein ordentliches Ding mehr ich weiß jetzt also ich habe jetzt die Karte ich habe sie zwar schon runtergeladen sie ist auch schon da ich habe sie als zweite Karte laufen das heißt ich habe momentan in meinem Map verzeichnet zwei Sanktionier drin nämlich einmal die 2,3 und einmal die 3,0 aber ich habe mir da noch keinen Spielstand und nichts angeguckt das heißt also ich habe nur das was ich euch jetzt so gesagt hatte mal von der Sanktionier 3,0 das heißt da leider die 50 kein ganzes großes Feld mehr ist sondern dass da halt irgendwie Fluss oder sowas durchgeht wenn ihr jetzt sagt okay nö such doch mal lieber eine andere Map wo wieder eine große schöne Karte wo ein schönes großes Feld drauf ist oder auch mal ein bisschen mehrere größere Felder drauf sind wo ihr sagt ne wir wollen uns das hier angucken und mal gucken mit den ganzen neuen Produktionen was hier dazu gekommen ist was denn hier auf der Sanktion hier so noch ist also ich würde der Sanktion hier schon mal eine Chance geben lassen wollen wenn sie uns denn nicht gefällt die 3,0 dann kann man natürlich das ganze immer noch wechseln das ist bis jetzt so mein Gedankeler war so ok die nächste müssen wir jetzt dann rechts ab das ist auch ok dann müssen wir mal schauen hoffen dass der äh der Drescher das Ding leer macht ohne Probleme weil sonst müssen wir erst mit dem einen noch rüberkommen da hat die Arbeit beendet das ist gut das dürfte der fertige Drescher sein hoffe ich ne und dann klappt das Ganze auch das hätte auf jeden Fall schon mal was so da sind wir schon fast wieder zu Hause den stellen wir ja auch erstmal ordnungsgemäß auf den Platz ab wie gesagt wir brauchen jetzt keinen Stress aufkommen lassen mit den Dreschern weil die anderen waren ja leider noch nicht so weit das hatten wir jetzt ja gesehen dass die Felder noch gar nicht reif sind ne und wir können erst vorspulen wenn also erst ein Stückchen vorspulen wenn überhaupt wenn wir mit äh das Ding soweit sind ich hab das noch kein Problem kann man eigentlich auch vorwärts hier ran fahren und tanken geht cool ja machen wir das einfach mal gut ja der kann jetzt weiter tanken das ist ok dann müssen wir erstmal gucken dass wir den Drescher hier zur Seite kriegen da haben wir ihn ähm der muss mit seinem Rest fahren aber den ähm fahr ich jetzt einfach mal Richtung 34 also wie gesagt wir können eh nicht mehr viel Dreschen momentan und ich fahr jetzt Richtung 34 das heißt wenn es dann tatsächlich mal klappt und die Eins dann vorher ganz umspringen bevor die 34 soweit ist dann kann ich immer noch zu Eins rüber fahren aber das lag hier auf dem Weg das ist raps dennig umgesprungen ist noch nicht selber so und damit sind wir hier nämlich dann auch aus dem Weg und ja mit dem absetzen hier sind wir auch leider schon wieder am Ende der Folge so schnell geht's ich hoffe es hat euch gefallen es würde mich sehr freuen wenn du nächstes mal wieder mit dabei seid würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen natürlich auch über ein Abo ne falls es noch nicht da gelassen hat würde mir den großen gefallen damit tun und natürlich auch ein Share das heißt teilt es dann würde ich mich freuen wenn wir auch neue Besucher dadurch begrüßen könnten ja dann sage ich vielen vielen Dank für all die Leute die mich immer so fleißig unterstützen und dann bis morgen bis morgen bis morgen bis morgen